Der Goldpreis forciert und die Minen sind ein Hebel auf das Gold. Welche Minen tun sich denn da aktuell besonders hervor? Die Aktienmärkte haben ihre Korrekturen schon fast wieder wettgemacht. War es das also schon in Sachen Sommerschwäche? VW ist die günstigste, fast günstigste DAX-Aktie, denn jetzt wieder kaufen zu erd. Und Microsoft, eine Wachstumsmaschine bis 2030. Aber passt der aktuelle Stand auch zur Bewertung? Darum geht es heute im Alpha-Check. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alpha-Checks. Endlich mal wieder nach ungefähr fast einem Monat. So lange mussten Sie auch warten, bis endlich Ihr Zuschauer-Voting aufgeht. Und das war so eindeutig wie, ich glaube noch nie, 61% für Microsoft. Das ist deutlich. Darum wird es also heute auf jeden Fall gehen. Und ansonsten habe ich auch mal ein paar große Themen mal wieder aufs Tableau genommen. Nämlich einerseits die Aktienmärkte insgesamt. Wie ist das denn zu deuten, dass es so steil doch im Juli und August nach unten gegangen ist und die Korrekturen aber auch so schnell wieder aufgeholt worden sind? Dann wollte ich mich mit Ihnen mal auch auf eine Rückfrage von einem Zuschauer über eine ganz günstige Aktion unterhalten, nämlich VW. War aber schon immer günstig. Was heißt das jetzt? Dann geht es um das Thema Gold und Goldminen und schließlich zu Microsoft. Also geben wir es an. Ja, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Wahrscheinlich fehlt mir ein bisschen mittlerweile wieder die Übung. Also wir sind bei den Aktienmärkten und wir haben ein, würde ich sagen, ein beeindruckendes Comeback gesehen. Also zum Beispiel der S&P 500. Ich glaube 10% korrigiert. Und dann ging es aber fast genauso schnell, wie es nach unten ging, ging es auch wieder nach oben. Manche würden das V-Reversal nennen, also weil es wie ein V aussieht. Und in jedem Fall kann man da eine Menge auch Statistisches zu machen. Und das, was mir meine Studien gesagt haben, ist, dass ein so schnelles Aufholen von der Korrektur ist typischerweise ein gutes Zeichen für die nähere Zukunft. Also wenn ich wetten müsste, würde ich deutlich darauf wetten, dass es über die nächsten Wochen bis zur Wahl auch schon über das Allzeithoch im S&P 500 hinausgeht. Tja, und das wettet ja auch meine Wahlstrategie, die aktuell auch voll wieder investiert ist. Und die sagten, bis zur Wahl muss man eigentlich auf jeden Fall den Aktienmarkt halten. Wenn sie da noch mitmahnen wollen als Späteinsteiger oder sie das Thema allgemein nur interessiert, dann können sie sich den Report weiter runterladen. Und aktuell bauen wir quasi dran, dass diese Kapitalkurve, die Sie hier in grün sehen, so weitergeführt wird. Ja, und wenn man aber jetzt also im Aktienmarkt investiert sein sollte, ist die Frage, in was denn? Eine Möglichkeit wäre zu gucken, welche Aktien sind denn eigentlich noch günstig zu haben? Und ich habe mal heute die, naja, sie ist nicht ganz die günstigste, aber fast mitgebracht, nämlich VW. Wenn wir mal so das KGV-Ranking für 2024 angucken, dann ist hinter Porsche Automobil kommt direkt VW. Und KGV von knapp über drei ist eigentlich ja was, wo man sagen würde, wenn das Unternehmen nicht bald bankrott geht, dann müsste das doch eigentlich ein Kauf sein. Wie sieht es denn hier aus? Ich habe mir zunächst mal angeguckt, was denn eigentlich so der Konsens ist, wie es denn mit der Entwicklung, vor allem der Gewinnentwicklung von VW so weitergeht. Es gab ja die Meldung, dass man hier massiv Kosten sparen will und von den 120.000 Arbeitsplätzen in Deutschland vielleicht auch ein großer Teil bedroht ist oder vielleicht kein großer, aber doch ein erheblicher. Und zumindest aber die Analystenseite ist nach wie vor der Meinung, dass es VW trotz aller Probleme, vor allem in China und mit den E-Autos und so weiter, schaffen sollte, auch in den nächsten Jahren die Gewinnseite noch etwas weiter auszubauen. Das wäre natürlich fantastisch, A natürlich fürs Unternehmen und für uns Deutsche, zumindest wenn es ein deutsches Unternehmen ist und vor allem aber auch für die Anleger, weil das wäre ein gutes Zeichen für die Aktie, wenn das tatsächlich gelingen sollte. Und wenn wir uns jetzt natürlich mal die Aktie so angucken, dann war in den letzten, naja, zumindest 20 Jahren, war bis auf Dividende jetzt nicht so viel zu holen. Und es war jetzt zwar kein absoluter Rohrkopierer, aber doch schon ziemlich enttäuschend, die Kursentwicklung bei VW. Und Sie sehen es jetzt hier vielleicht, wir sind wieder auf ein Niveau abgerutscht in den letzten Monaten. Das haben wir in den letzten 15 Jahren schon öfter gesehen und dort waren das eher Kaufgelegenheiten. Und jetzt rein aus meiner Sicht, wenn das so halbwegs hinkommt mit dem, was ich kann jetzt auch keine bessere Schätzung abgeben als die Analysten, dazu bin ich nicht tief genug drin. Aber das ist für mich tendenziell hier von dem Kursniveau eigentlich zumindest auf die mittelfristige Sicht eine Chance. Ich würde es allerdings nie als Langfristinvestment ansehen, so eine VW, sondern eher sowas, was jetzt mit Blick auf meine Wege in die nächsten Monate gehen kann, bis wir hier wieder vielleicht in eine etwas höhere Region vorstoßen und dann leider wieder das Ganze abgeben, wo man vielleicht längerfristig investiert sein könnte, sollte und das schon irgendwie schnell zu erkennen auf den ersten Blick. Dazu kommen wir dann später. Jetzt wollte ich mit Ihnen über das Thema Gold und Goldminen sprechen. Also der Goldpreis ist ja nach wie vor in einer super Aufwärtsbewegung. Und in aller Regel verhält es sich so, dass in Hosse-Phasen, also wenn es mit dem Goldpreis wirklich langfristig nach oben geht, dann sind die Minen auch eine echte Option, denn die verhalten sich dann in der Regel wie ein Hebelderivat aufs Gold, denn sie steigen oft so mit Hebel oder also mit Faktor 2 bis 3. Und wer tut sich denn dann aber aktuell besonders hervor? Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, wer so in den letzten drei Monaten gut performt hat unter den großen Goldminen. Und einer wollte ich Ihnen heute mal vorstellen, nämlich den größten Goldproduzenten der Welt. Das ist die amerikanische Newman Corporation. Und hier ist nämlich besondere Situation, die vorliegt. Ich zeige es Ihnen mal anhand des Charts. Also der Goldpreis, den sehen Sie hier in gelb und die Newman Aktie in grün. Und die Newman Aktie normalerweise korreliert eigentlich ziemlich hoch mit dem Goldpreis. Die hat es aber aus verschiedenen Gründen in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich erwischt. Und jetzt das Wichtige, wir haben hier aber in den letzten Monaten doch jetzt Momentum aufgebaut. Das heißt, wir haben ein schönes Momentum, das ist für mich ein Faktor. Wir sind noch immer in Relation zum Goldpreis sehr niedrig, also insbesondere weit weg vom Allzeithoch. Wir haben einen ziemlich stabilen bis steigenden Goldpreis. Und das ist eigentlich ein gutes Gesamtpaket, weswegen man sagen kann, okay, so eine Miene, die lege ich mir mal ins Depot. Ich habe es jedenfalls getan, beziehungsweise die Maximumleser wissen davon ja schon längst. Da sind wir investiert und werden das aller Voraussicht nach, solange sich an dieser Konstellation hier zumindest nichts ändert, das auch noch eine ganze Weile bleiben. Damit bin ich schon beim letzten Titel angekommen für heute. Microsoft, das Unternehmen muss ich glaube ich kaum vorstellen, denn das kennt jeder. Und hier mache ich mal gerade, um mal eine Diskrepanz aufzumachen zu dem VW-Chart von vorhin, seit 1990, gucken wir uns mal den Microsoft-Chart seit 1990 an. Und das ist mal eine Entwicklung, also von, wenn man jetzt die Aktien-Splitz wegnimmt, von ungefähr einen Dollar auf jetzt über 400 Dollar. Das ist also mal eine Aktie, die man sich langfristig ins Depot legen kann, denn das ist ein langfristiger Wachstumstitel. Und gleich gucken wir mal drauf, ob es mit dem Wachstum denn auch so weitergehen soll, weil ohne Gewinnwachstum wird es keinen Aktienwachstum geben. Und eines darüber wollte ich nur mal hier zeigen, nur weil das Unternehmen toll ist und langfristig wächst, heißt das aber trotzdem noch nicht, dass es einfach ist, da rein zu investieren. Denn bei Microsoft hat man es hier Ende der 90er, dass die Aktie zu weit vorgelaufen ist, auch eine schwäche Phase in Sachen Gewinnwachstum hatte. Und dann ging es hier über eine Zeitraum von rund 15 Jahren. Mehr oder weniger nicht mehr vorwärts. Heißt also, einfach ist es nicht, aber aktuell befinden wir uns in einer anderen Phase. Und wo stehen wir da jetzt gerade? Also gucken wir uns mal an. Also wir stehen jetzt so bei rund 415 Dollar. Und es werden jetzt in diesem Jahr verdienen werden so knapp 12 Dollar. Heißt also so roundabout ein KGV Anfang der 30er, so 334. Das Gewinnwachstum über die nächsten Jahre, also bis 2030 geschätzt, liegt allerdings so bei 14, 15 Prozent. Das ist natürlich gut, wenn auf so eine lange Sicht wir da wirklich eine Wachstumsmaschine haben. Wir sind nicht so ganz günstig bewertet. Also es gibt ja dieses berühmte Kurswachstumsverhältnis. Das liegt jetzt mal bei etwas über zwei. Das ist so im historischen Vergleich ist das ungefähr ein typisches Kurswachstumsverhältnis für Microsoft. Und auch wenn wir mal das KGV und das KUV im langfristigen Verlauf so angucken, dann das hier, die 2000er und Anfang 2010er Jahre, das waren so auch die, da hat man auch so ein Wachstum, hat der Markt nicht mehr so viel Wachstum erwartet. Wir sind jetzt wieder in so einem Bewertungsbereich angekommen, wie Anfang der 2000er und eigentlich so wie in den letzten fünf bis sieben Jahren. Das heißt also, da sind wir nach wie vor drin. Also das alles so mal zusammengenommen, würde sagen, wir sind jetzt weder besonders teuer noch besonders günstig. Wir haben keine Riesenchance, gerade Vorleger, also keine Jahrhundertchance, dass man jetzt hier unbedingt rein müsste. Aber es ist bei der Aktie alles intakt. Also für einen Langfristanleger kann man auf jeden Fall sagen, kaufen und liegen lassen für das nächste Jahrzehnt ist in jedem Fall eine Option. Kurzfristiger betrachtet kann man sagen, okay, es ist jetzt nicht eine besondere Situation, weswegen man unbedingt rein müsste. Wenn man da kurzfristiger was machen will, dann vielleicht eher in anderen Titeln. So etwas hatten wir ja heute angeguckt. Aber ansonsten alles okay. Nichts, keine rote Flagge, nichts, was einem Investment entgegenstehen würde. Und so wäre das für mich so eine typische Aktie für Leute, die lange und ruhig schlafen wollen. Das war es von mir zu heute. Um was es im nächsten Mal gehen soll, können Sie mitentscheiden. Gerne abstimmen bei mir im Community-Tab. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn Sie möchten, am Dienstag. Da werde ich mal ein bisschen was über den Gesamtmarkt erzählen. Und vor allem über etwas, was die FED aktuell mehr und mehr bewegt und auch die Anleger. Und was vielleicht oder ich würde vermuten und darauf tippen, dass das so eine der zentralen Größen wird, die uns im nächsten Jahr verfolgen wird, nämlich die Arbeitsmarktdaten in den USA. Also wenn Sie möchten, bis dann. Schönes Wochenende. Tschüss.